Mein Name ist Fabian Mori. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in Kallnöch in Berner Seeland mit Mutterkuhhaltung und Fleisch direkt am Hof. Ich bin der Mr. Januar 2021 vom Bauernkalender und ich freue mich, dass ich das geschafft habe. Ich habe einen Bezug zu diesem Kalender, weil ich gerne provozieren will. Ich hoffe, wir können mit diesem Kalender zeigen, dass die Landwirtschaft nicht nur Gummistiefel ist und irgendwie altertümlich, sondern wir sind modern, wir sind hier, wir sind in der Schweiz, wir sind bereit und ich würde mich freuen.